Hallo, ich grüße euch herzlich mit diesem Blumenstrauß oder Kräuterstrauß und auch Heilpilze. Und stelle mich kurz vor, mein Name ist Dr. Mett Marianne Ruhrf. Ich bin Fachärztin für allgemeine Medizin, traditionelle chinesische Medizin und Phytotherapie. Das ist Pflanzenheilkunde und habe eine Praxis in Bern. Und möchte euch sagen, es gibt sehr viele antiviral wirksame Heilpflanzen und Pflanzenwirkstoffe und auch Pilze, die auch jetzt gerade in der Coronavirus-Zeit sehr hilfreich sind. Es gibt Pflanzen, mit denen kann man sein Immunsystem stärken, da kann man sich schützen vor einer Infektion. Es gibt Pflanzen und auch Pilze, mit denen kann man sich stärken, wenn man zur Risikogruppe gehört oder wenn man schwanger ist. Also die Natur hat einen riesigen bunten Blumenstrauß an Kräuter und Pflanzen und Pflanzenwirkstoffe parat, die zum Teil auch wissenschaftlich nachgewiesen gegen Coronaviren wirksam sind. Wir haben da dazu einen Vortrag zusammengestellt, wo das alles ausführlich erwähnt wird, inklusive Tipps, was ihr selber machen könnt, wie ihr euch schützen könnt, welche Heilpflanzen und welche Tees man trinken kann zum Beispiel oder auch was man als Präparate erhältlich hat. Ihr seid ganz herzlich eingeladen zuzuhören und vielleicht könnt ihr selber ganz viel dafür tun, um euch zu schützen oder für eure Gesundheit. Und dann, wenn ihr euch zu schützen könnt,